Zum 20. Mal lud die Siegner Hochzeits- und Festmesse am vergangenen Wochenende in die Siegerlandhalle. Auf 3000 Quadratmetern informierten rund 70 Aussteller die Besucher zur Ausrichtung einer großen Vermählungsfeier oder eines Kleingeburtstagsfestes. Rund 2500 Frauen und Männer nahmen das Angebot am Samstag und Sonntag an und tummelten sich zwischen den einzelnen Ständen. Besonders lange hielten sich die weiblichen Besucher zwischen den Brautmoden auf und schritten vor den Spiegeln auf und ab. Vor der großen Bühne der Festhalle wurde es zu den Mittagsstunden voll. Die Modenschauen zogen die Besucher an und begeisterten. Die Boutiquen präsentierten nämlich neben den klassischen Kleidern ganz in weiß auch Ausgefallenes.